Es tut mal kalt. Na ja, das wird streng. Das Amtang sehe ich da nicht. Wir übersehen den schon die ganze Zeit. Hättet ihr ihn nicht in das gekühlte Werk geschickt? Der wäre vielleicht so ansehen, aber so wäre das ganz schwer. Klapps. Ein genetischer Defekt verursacht durch eine Mutation im Kryopyrin-assoziierten periodischen Syndrom 1-G. Schauen wir uns das einmal an, wie das wirklich heißt. Also das Kryopyrin ist ein Mechanismus, der letztendlich zu einer unkontrollierten Interregion 1-3-Sellung führt. Habe ich wohl irgendwie vergessen. Ich habe dir auch etwas verschwiegen. Das ist dann sowas wie ein Bonus. Das Schlimmste, was da vorgefallen ist, war seine Frau. Warum? Das Schlimmste, was da vorgefallen ist, ist eine Erdkrankheit. Sie ist autosomal dominanter Erdkrankheit. Daher ist die Chance, dass das Kind das Aufmerksam ist, 50 Sekunden. Alle draufgegangen, Bolzen. Alle tot, weil ich ein Idiot gewesen bin. Ich glaube, es ist ein Zufall. 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 Muchachos, adelante. Tres, quattro. Ich wünsche mir vor, dass alle Primari in Österreich ein bisschen abzureden werden. Da würden die Fatschenen alle Freiwilligen in ein anderes Land gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020